Aids muss in die Medien kommen. Ich glaube, dass die Schüler wissen müssen, wie schlimm Aids ist. Ich finde es wichtig, dass man über Aids lebt. Ich finde, dass Aids zu wenig im Unterricht bekommt. Ich denke, dass Aids nicht genug Aufmerksamkeit hat in der Welt. Ich finde Aids-Tag ein sehr gutes Initiativ. Ich finde, dass Jugendliche noch nicht genug über Aids wissen. Ich finde, dass man mit den Kindern aus über Aids sprechen kann. Ich möchte gerne zu Hause mit meinen Eltern über Aids reden. Wie ich diese Woche noch gehört habe im Fernsehen, wie akut das Problem in Belgien ist, im Kreise von homosexuellen Männern. Dessen war ich mir nicht bewusst. Ich denke, dass das vielleicht noch zu sehr ein Tabu ist. Darüber muss vor allem bei uns in Belgien, in Flandern, geredet werden, gesprochen werden. Im Unterricht sogar. Ich würde das Thema nicht aus dem Wege gehen. Ich habe persönlich, und ich denke, ich kann sagen, ich gehöre zur katholischen Kirche, Ich habe keine Hemmungen dazu, um ein offenes Gespräch zu halten mit Erwachsenen und mit Jugendlichen.